Hey hey Champion! Neuer Kampf, neues Glück. Ist die Klinge unseres Champions immer noch so scharf wie früher? Jetzt haben wir schon angefangen unseren Namen als Alleskönner hier aufzubauen. Wir haben jetzt noch eine Mission offen, wo ich hin muss. Hier hoch. Die schauen wir uns an und dann geht es mit der Hauptstory weiter. Bis heute dürfte Aerith dann auch komplett umgezogen sein. Hey hey Champion! Madame M lässt dir ausrichten, dass Aerith noch eine ganze Weile brauchen wird um sich umzuziehen. Dürfte ich dich in der Zwischenzeit vielleicht um einen klitzekleinen Gefallen bitten? Ob du es glaubst oder nicht, das Kolosseum läuft fast über vor Leuten, die dich noch mal kämpfen sehen wollen. Was sagst du Champ? Wir können deine Fans doch nicht enttäuschen, oder? Also, ich erwarte dich im Kolosseum! Okay, also zurück zum Kolosseum! Wo war das? Okay, warum können wir uns da nicht gleich dort? Ich könnte auch nochmal jetzt die Seitengassen alle abklappern, ob ich jetzt rankomme. Alles klar, gehen wir zum... Werte Zuschauer, und nun der Kampf, auf den sie alle gesattelt haben. Okay. Sieht ein bisschen aufgemotzt aus. Alles. 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 Ich möchte gleich mal... Blitz, äh, habe ich nicht. Dann eher... Den hier. Mist. Ich würde mir auf jeden Fall eine Leiste immer ein bisschen aufheben. Alter. Upsala. Upsala. Okay, wir bauen nicht mal ab. Sorry. Sollte ich mir vielleicht Sturm einbauen? Brauche ich nicht. Hallo. Ah, hier. Ich habe Glut heilen. Ja. Na, hier ist es lieber so. Da ist er ja unser Champion. Ja, da kann ich nicht überspringen. Ich muss echt aufpassen. Und los. Ja. 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 Seitdem kann ich mir mal... Regina geben. Alter. Als... Ei ... Was ist das...? Der riecht mich auf. Ja, ich werde wahrscheinlich hier dann das mal herderschneiden. den kriegen noch klein keine sorge ich muss ja mit blocken arbeiten ok was ist denn materia wird es drin heilen gut haben wir schon mal hier Ah Mist. Okay. Gut. Haben wir schon. Alter. Au. Ich muss mir das nächste Mal heilen. Mist. gut zu spät gerollt gut zu spät Gut. Au. Gut. Au. Ah, das war knapp. So wird es aber besser laufen. Wenn das hier nicht wäre. Ich kann doch mal schauen, ob mir... Ich schau mal nach die Waffenpunkte, ob ich da noch was verteilen kann. Ja, das ist mir doch... Ach so, ist jetzt gerade besser gelaufen. Ich kann doch mal schauen, ob ich da noch was verteilen kann. Au. Zu nachlässig. Au, super. Ah, nein, echt. Warum macht er jetzt die Angriffe schon? Gut. Gut. Ich bin gerade fest. Ah, fuck. Das war echt richtig schlecht. Vielleicht doch wieder Regina. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist nochmal am Anfang wieder mit Regina. Ja, wie schief gehen kann es ja nicht. Mir riecht nur das Warten hier auf. Ich will den Sonderkampf schaffen. Einmal ganz kurz davor. Da ist er ja, unser... Ist proppenvoll da drin. Heiz ihn richtig... Machen wir. Ich bin gerade... ouch 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 Gut gemacht, mein Junge. Dein Anteil, den hast du dir verdient. Madame, wo ist Aeris? Sie macht sich immer noch die Haare. Da dachte ich mir, dass ich noch Zeit für ein kleines Kämpfchen habe. Ich liebe es zuzusehen, wie Sams Spielzeuge kaputt gemacht werden. Davon kriege ich einfach nicht genug. Bin nicht überrascht. Deine Hände sind so stark geworden. Mit so starken Händen kannst du der ein oder anderen heutigen Dame sicher ein guter Beschützer sein. Das war ich doch immer schon. Aeris dürfte langsam auch so weit sein. Ich werde mich schon mal zurückziehen und im Geschäft warten. Komm, wenn du fertig bist. Okay. Das müssen jetzt alle gewesen sein. Dann würde ich sagen, ich will noch mal durch die Seitengassen schauen. Ich würde aber lassen wir Blitzrad drin. Gut, sie hat Luft und Eis. Ich habe Feuer und Blitz. Gut, lassen wir so drinnen stehen. Dann schaue ich hier noch mal. Da habe ich noch einige Seitengassen da hinten zum Beispiel. Nicht hier. Wo noch Sachen waren, wo ich nicht rankam. Nein, hier war nur der, der sich übergeben hat. Okay. Alles so verwirrend hier. Hier war noch was. Ich komme hier immer noch nicht durch. Gut. Ich frage mich, weil ich da durchkomme. Das frage ich mich. Jep. Jep. Tifa ist, äh, also, alleine schaffe ich das nicht. Beruhig dich. Was ist denn los? Koneo soll sich schon bald die nächste Gespielin aussuchen. Und Tifa ist noch in seinen Fängen. Aber ich kann nichts für sie tun. Okay. Ich komme mit. Hey, Cloud. Darf ich dich Bruder nennen? Nein. Also, ich durfte, dass du dich um Tifa kümmerst, Bruder. Sag mal, Bruder, wie bist du eigentlich so stark geworden? Ich sagte doch. Wie du kämpfst, ist echt krass, Bruder. So, zack, zack, pick die pack. Ich wäre auch gern so cool wie du, Bruder. Aber wenn es drauf ankommt, gewinnt immer der Romantiker in ihr Oberhand. Sag mal, Bruder, hast du vielleicht einen Tipp für so eine zartbeseitete Seele wie mich? Nenn ihn nicht Bruder? Okay, ich zieh dann mal ab. Naja, du weißt schon. Ich will dich schließlich nicht aufhalten. Geh zurück zu Madame M. Sag Aris, dass ich was erledigen muss. Sie soll auf mich warten, wenn sie fertig ist. Okay. Geht klar. Du schon wieder? Ich habe ein Empfehlungsschreiben. Hm. Ja und? Das ist nur für Frauen. Die Empfehlung ist für Aris. Ah, die Frau, mit der du unterwegs warst. Mein herzliches Beileid. Wie auch immer, als Mann hast du ja keinen Zutritt. Ich frage dich nicht um Erlaubnis. Hä? Ich warne dich. Don Corneo ist ein furchterregender Mann. Wenn du hier einen Aufstand machst, wird irgendjemand dafür büßen müssen. Wer das sein wird? Vielleicht jemand, dem du helfen möchtest. Vielleicht aber auch jemand, der gar nichts damit zu tun hat. Verstehst du? So läuft das auf dem Wallmarkt. Euch bleibt noch ein bisschen Zeit, bis die Brautschau anfängt. Wenn du wirklich ein Empfehlungsschreiben hast, dann bring diese Frau hierher. Ich persönlich kann dir aber nur davon abraten. Okay. Hör auf meinen Rat und geh. Hör auf meinen Rat und geh. Hm. Was könnten wir nur machen? Hä? Hey, Platz da! Wir sind doch hier nicht im Zoo! Verschwindet! Ich glaube auch nicht, dass es so eine gute Idee ist. Da bin ich. Alter. Wie ausgewechselt. Angeblich steht Conny nur auf so eine Aufmachung. Fühl mich wie ein Staubwedel. So tausch ich. Ach, wirklich? Hey, Cloud! Oh. Oh, entschuldige. Hm. Übrigens, Eris. Hatte dich meine Nachricht nicht erreicht? Doch, hatte sie. Aber ich konnte nicht warten, weil ich mir Sorgen gemacht hab. Oh. Ich hoffe, dir ist klar, dass du dich hier auf eine gefährliche Sache einlässt. Wer weiß, was dich auf der Brautschau erwartet. Ich kann dich nicht alleine gehen lassen. Alleine? Von alleine war nie die Rede. Hier, komm mit! Wo willst du hin? Meine Dame M hat mir da so etwas erzählt. Es soll jemanden geben, der dich ganz interessant findet. Hm? Äh, okay. Aber es ist wirklich ein schönes Kleid. Sie ist wirklich mega hübsch. Das ist ja ein hübsches Mädchen. Wie bitte? Was hast du besagt? Kein Kuntzweifel. Nicht? 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 Kennt sich aber schon ganz schön gut aus hier. Dass ich mit den Schuhen hier über solche Gullis laufen kann. Weltwunder. Äh. Äh. ok ich würde sagen wir versuchen das ehrlich und direkt alles klar ok das Cloud in Frauenkleidern oder was auch immer jetzt passiert sehen wir uns in der nächsten Folge von Final Fantasy 7 an ich hoffe ihr hattet wieder Spaß dabei auch wenn wir ein bisschen gefehlt haben gegen den einen Kampf aber ja ich hoffe ihr stellt trotzdem das nächste Mal wieder ein ich würde mich verabschieden bis dahin auf Wiedersehen